freunde ich bin gerade auf den knopf gekommen ich hatte es aufgenommen und okay erst noch nicht ach wie mache ich das einhändig ja das ist der zettel ich habe mir die scheiße bestellt ffp2 protective mask bullshit ich habe die scheiße in schwarz bestellt nur noch mal zur erinnerung ich wurde ja aus dem zug geschmissen am letzten sonntag hat der schaffner gemeint nein sie dürfen nicht nach hause fahren sie dürfen nicht nach hause weil sie keine maske aufhaben obwohl ich eine selbst ja eine andere maske auf habe noch keine ffp2 maske wie weit ist es gekommen dass ich mir die scheiße schon bestelle ich habe fünf stück bestellt erst mal aber in schwarz weil dieses weiß und dieses dieses komische blau dieses krankenhaus blau es kotzt mich an ich möchte das nicht tragen so zu dem thema masken und zu allem möglichen kommt von mir noch ein richtiger durchgehender bericht ich würde es auch nicht wundern wenn eines tages mal der film erscheint korona kobe 19 der film und seine ganzen auswirkungen was das hatte ich habe tatsächlich den kram geholt bestellt ich hatte mir auch über die apotheke weil ich montag ja wieder hin musste wohin musste und so eine hässliche weise und die sind auch hässlich und ja alles habe ich noch nicht gesagt darüber aber habe ich schon erwähnt dass es mich ankotzt ja bis dahin bis zum nächsten video ciao